Ich nehm den Sultan, ich lass den Sultan Hey, erstmal suchen wieder hier Ich nehm den Ben Hey, sind sie ja schon hier Hey, verbüschte ich, hab ich dir gesagt Hey, verbüschte ich Ey, wenn ich jetzt da drüben bin, Alter Bin extra rübergekommen Oh, ich bin orange Ich auch Ich bin lila So lachen Der Sultan ist eigentlich geil Also ich find die kleine geil Ja, weil die Nepico mit dem T20, wenn du nicht so schnell bist, fliegst du ja schon über die Rampen Ach du Scheiße, die haben den Cheater genommen Oh, die Emotionen Was ist das für ne kleine Map? Ja, das ist mega meiniger, ist hier ne schnelle Karre für den Arsch Ey, wie stark ist der? Hä? Wie stark? Als ob Guck doch mal, wie stark der ist mit dem Scheiß-Ruitan Ich glaub, wer da zuerst dran ist, hat Glück Oh, das sieht auch miss, das sieht auch miss Wir haben ihn, wir haben ihn Nein Nein Ich krieg das mit meiner Karre nicht hin, aber er Hui, war das knapp Oh, Lukas, was für Glück, dass ich hinter dir bin Ja, komm den Cheater raus Oh Manchmal hab ich die Bedürfnisse und Liederhäte und Orange Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn nicht, du nackt Ich hab ihn nicht mehr rammt, sonst hätt ich gern mitgerammt Ja, und? Ja, und? Nein, dieser Cheat Oh, komm Helft mir, helft mir, bitte Ja, ich werd mich nicht Helft mir Schieb ihn noch weg, Lukas Ich, bitte Ey, Mama Nein, der rückt mich Nein Komm, Lukas Ey, nein Die Karre ist gebremst Trolas von Lohan Ich hab ihn jetzt gar nicht zu schlecht Wer war der letzte? Wir-wer war der letzte? Ey, der war ja so eine lüge Runde Der ist rausgauen Der ist rausgauen Ey Die Karre hat nicht mehr gebremst Ich bin voller Karte vom Dach hinter ihrem Rand, Alter Ja, und? Jaha, und ich weiß nicht Ich moine Z Ich hab mich noch mitgenommen Ich wollt den ja runter, aber ich wissen nicht, warum der dann heruntergeflogen ist Also auch Keine Ahnung War saa unlogisch Ich bin runtergeflogen unter einem Wolken. Ey, die sind zu zweit, ey. Wir schaffen das einfach nicht. Hallo. Oh, jawohl. Ja, nein. Ey, er ist schon tot, nice, auf jeden Fall. Ja, easy. Nicht auf mich! Nein! Nein! Sorry, Lukas! Sorry! Scheiße! Nein! Och, Kalle! Hör mal Teamkollegen weg! Hilf mir jetzt bitte! Ja, hast du euch den gemacht? Los, Kalle, hol Jan raus, ey! Er fick dich, ich töte dich, Lukas! Wenn den Bild gleich fällt! Alter, ich komm nach Hamburg! Naja, komm mal! Wer will, dass wir hier rausfahren? Hallo, 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 hallo! Ja, aber geschafft! Mann, dieser Scheißpenner! Ey, willst du mich rammt, der kriegt da richtig... Hört Handbremse wieder ja nicht! Geht auch nicht, du! Klar, hab ich auch gerade mitgekriegt! Hab ich schon mal geschafft! Jetzt! Du musst drin kommen! Genau! Ja, genau! Scheiße! Ja, genau! Ey, der Typ kann's mir doch sagen, er ist... Wenn man eine Handbremse hätte, könnte man viel besser schneller bremsen, ey! Ich bräuchte jetzt schon ein Lenkrad hier, ey! Das wär geil! Geht ja an mit Lenkrad! Ja! Besser als wie mit Controller! GTA 6 könnte ich mir gut vorstellen! Den kriegst du doch nicht weg! Der war kurz Rockstar extra und Setup, Alter! Damit du die GTA spielen kannst mit dem Lenkrad und alles! Das wär voll geil! Hallo, was soll man denn hier machen? Ey, der bummst ja ihn... Mann, den hätten wir schon fast die Art, und er muss so ne Scheiße kommen! Ja! Einfach rückwärts fahren! Einfach rückwärts! Einfach rückwärts! Yes! Perfekt! So war das geplant! Ja! Ja, Lukas! Du bist nicht da, deswegen gewinnen wir jetzt! Weil du blockierst die Fahrbahn nur! Du, Alter! Du habst rausgehauen! Ja, deswegen ja! Weil du dann blockiert hast! So, jetzt schreib ich mal Ease, Alter! Kleiner Wichser! Unfair! Ach, halt dein Maul, Alter! Du bist ein sehr... Ihr habt's wie MyOne mit deinem Hacker, da! Ich weiß nicht, wie der am Anfang mich runtergekriegt! Ich will gar nicht... Ich guck mir das in der Aufnahme noch, Mann! Das sah so unlogisch aus! Da hab ich einfach runtergefahren! Das sah doch richtig unlogisch aus! You eat yours! Mutter, Alter! Ich ease deine Mutter gleich weg! Geil! Mit Lukas seinen Burger, Alter! Er will irgendwann mal kurz stehen und guck mal, was die machen! Weil Lukas, das fickt dich! Guck, die wollen... Du hast mir extra, du musst jetzt auf mich zugefahren! Gar nicht! Ähm, 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 ähm! Jetzt mach ich das mal mit dem... Ich hab's nicht rum! Da kann ich scheiße! Scheiße! Aber er ist doch runter, der Wichser! Ja, perfekt! Den Wichser hab ich noch! Äh... Nein! Och, komm! Jan! Was war denn das schon wieder! Jan! Ja, du schlechter. Ohje, keine Ahnung, Alter! Warum denn... Ich bleib einfach stehen und ich kick einfach so eine raus! ...hin dreht... Oh, Lukas, ey, so schlecht. Nicht dein Ernst. Die haben ein bisschen Erdrausch geflogen, ja. Ja, weil die Bremsen nicht hier hingehauen haben. Ja, guck, ja. Ich glaub, der Wagen müsste mal zum TÜV, Alter. Dass er so eine scheiß Schippe hat. Ja. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, das hast du keine Scheiß. Der hat ein scheiß flache Flachwichser-Auto, Alter. Ja, als ob man da einen Gabelstapler an mir hinstellt, ey. Na, der mag es wohl so, unter andere zu kriechen, Alter. Und die Kümmel zu lecken. Hm, lecker. Die brauchen noch irgendwie... Wo sind ihr? Na, hier. Haha. Da fällt nur ein Wort zu ein. Das kann denn sein wird zensiert bei mir. Echt? Ja, bei mir ist stehen ein Sternchen. Gut für die Aufnahme. Wurde meins auch zensiert eigentlich? Ja, ab und zu schnell... Ich hab Schad abgeschrieben. Nee, die stand da. Ah, okay. Oh. Oh. Man, Lukas, du bist so fett, ey. Mach doch mal was. Wie ist die? Oh, ne, jetzt kommt wieder diese flache Nudel, ey. Okay. Ey, die sind Autos doch eh... Hilfe! Hilfe! Krammel den ja! Alter Junge! Lukas, du bist ein Dich! Man kickt doch mal die Nutte raus. Jetzt hab... Mein! Ich komm, ihr Schwuchtig! Sorry, Lukas! Das war wirklich mir mit Absicht. Ja! Ich hab Lukas hier runtergekickt. Der ist uns sowieso nur eine Blockade hier. Okay, gut, ja. Jetzt, jetzt, jetzt komm! Von hinten! Was ist denn? Ja, genau! Was ist das? Was ist das? Ja, als ob... Was ist das? Bist du schwul geworden, oder was? Was ist das? Ich hör was! Ich hör deine Stimme! Was? Mach doch mal den Scheiß-Chat aus, du Idiot! Ey, den Voice-Chat in GTA, ne? Jetzt runter mit dir, du schwuler Sack! Ja, perfekt! Oh, na endlich! Was ist das? Was? Mach den Chat aus! Den Voice-Chat durch! Ist das ein Voice-Chat? Jaaa! Wie denn? Bei Einstellungen! Bei Einstellungen! Ich hab' den Fall Gruselis! Hä? Wirst du mich verarscht? Mach die Scheiße weg! 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 Was ist das denn? Du Wichser! Du Wichser! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hast du den gemu- ge- äh gekickt? Lukas! Ich hab' den Räuschen ausmachen! Bei Einstellungen! In GTA, bei Sprach-Chat oder was das da ist. Oh, Lukas, ich bin jetzt nicht aufgehauen! Ich hab' den Wichser! Ich hab' den Wichser! Ich hab' den Wichser! Ich hab' den Wichser! Perfekt! Oh, diese Schwuchte! Wow, ich kann doch nicht ausmachen! Jetzt geht ihn da runter! Ja, los, 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 los! Weiter, weiter, weiter! Go, go, go! Nein! Jetzt rückt der Rückwärtsgang! Huh! Kann das nicht aus? Was war das? Ja, ja, runter! Hast du, hast du! Hast du, hast du! Ich glaub' ich werd' gleich gekillt! Warum? Warum denn? Ja, keine Ahnung! Das war schon ne gruselige Stimme! Ja, hab' ich gehört! Ich glaub' ich guck mir jetzt erstmal mein Zimmer um, ne? Haben wir jetzt hier? Wollen wir nix? Alter! Ich glaub' ich werd' gekillt! Best Teammate 2017! Oh, ich kann ja nicht mehr schreiben, ne? Okay! Ja, hat er recht! Wir sind die Besten 2017! Servuseloh!